Du bist ein Wunder. Du glaubst nur, dass du diese wahnhafte Persönlichkeit bist. Die Persönlichkeit braucht die Glauberei für ihre Scheinexistenz. Die Glauberei ist die Ursache von allem Leiden. Glaube mir nichts, sondern hinterfrage und überprüfe alles, was ich dir anbiete. Haben Lügen eine Wirkung ohne die Glauberei? Gäbe es Lieblosigkeiten, Streit, Kriminalität, Krieg, Missbrauch, Versklavung, Unterdrückung, Stress, Angst, miese Gefühle und viele andere Absurditäten ohne diese weit verbreitete Glauberei? Wir glauben, dass wir Sünder sind, dass wir uns entwickeln müssen, dass wir ständig irgendetwas lernen müssen, dass wir etwas suchen müssen, dass wir uns Ziele stecken und diese erreichen müssen. Wir glauben, dass wir loslassen oder Frieden machen müssen, dass wir akzeptieren, tolerieren, annehmen sollen. Wir glauben, dass wir durch dringend verinnerlichen, aufsteigen, die Frequenz erhöhen sollen. Wir glauben, dass die Glauberei für das natürliche Menschsein wichtig, hilfreich, erforderlich oder gar notwendig ist. Ohne die ganze Glauberei ist offensichtlich, dass wir ein Wunder sind. Das Wesen des Wunders ist, dass wir es nicht verstehen. Wir wissen nicht, wer wir sind, wie wir sind und was wir sind. Wir sind ein Wunder. Für jeden, der lange genug hinterfragt, ist dies leicht nachvollziehbar. Wer nicht bereit ist, alles konsequent immer weiter zu hinterfragen, entscheidet sich für Glauben und damit auch für Leiden. Und nur falls die Frage auftauchen sollte, an Gott braucht auch nicht geglaubt zu werden, da ohne die ganze Glauberei Gott offensichtlich ist. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!